Im Roleplayer-Universum versuchen wir uns als Kartografen. So entdecken wir immer neue Gegenden der nördlichen Reiche, die dem Königreich angeschlossen werden sollen. Der Kartograf ist ein Flip-and-Ride-Spiel, das bedeutet, jeder Spieler bekommt einen solchen Spielzettel. Von den 16 Dekreten werden vier zufällige unterschiedlicher Art gezogen. Diese werden dann den Wertungskarten zugeordnet. Jede Wertung findet im Spiel zweimal statt. Gespielt wird über vier Runden, heißt hier über vier Jahreszeiten. Nach jeder Jahreszeit findet dann eine Wertung statt, die dann zwei Dekrete belohnt. Nach dem Frühling ist es Dekret A und Dekret B. Oben links sehen wir eine Zahl. Sie gibt die Zeiteinheiten vor, die in dieser Runde verbraucht werden dürfen. Diese Zahlen finden wir auch oben links auf den sogenannten Erkundungskarten, die erst einmal gemischt werden. In den Stapel kommt dann auch in jeder Runde noch ein sogenannter Hinterhalt. Jetzt kann das Spiel beginnen. Für alle Spieler wird die erste Karte aufgedeckt. Sie zeigt hier zwei Landschaftsarten zur Auswahl, Wald oder Dorf. Unten eine Puzzleform, die beliebig gedreht und gespiegelt werden darf. Jeder Spieler zeichnet nun diese Form an einer beliebigen Stelle seines Spielzettels ein und füllt sie dann mit einer der beiden vorgegebenen Landschaftsarten. So entscheide ich mich hier für den Wald, das heißt, ich fülle jedes dieser Felder mit Bäumen. Dann wird auch direkt die nächste Karte vom Stapel aufgedeckt. Bei der Auswahl der Landschaftsarten und der Einzeichnung der Puzzleform sollte ich immer die Wertungskarten beachten. In dieser Partie belohnt beispielsweise Dekret A Bäume am Rand und Dekret B Wasser bzw. Acker waagerecht oder senkrecht an diesen dunklen vorgegebenen Gebirgsfeldern. Da Wasser jedoch mehr Punkte als Acker bringt, entscheide ich mich hier für Wasser. Die nächste aufgedeckte Karte zeigt eine Tempelruine. Immer wenn das passiert, wird direkt die nächste Karte aufgedeckt. Die nun gezogene Puzzleform, hier also ein einziges Feld mit einer beliebigen Landschaftsart, muss nun auf einem Feld platziert werden, das eine Tempelruine zeigt. Das sind diese mit Säulen bedruckten Felder. Ich könnte beispielsweise dieses Feld hier wählen und entscheide mich dann hier für die Landschaftsart Dorf. Da bereite ich dann schon einmal die Wertung einer späteren Runde vor. Und weiter geht's, nächste Karte, diesmal der Obsthain, eine Form, die entweder mit Acker oder mit Wald ausgefüllt werden darf. Ich muss hier nie Felder angrenzend belegen, ich kann also die Formen an beliebiger Stelle meines Spielzettels eintragen, also beispielsweise auch hier unten rechts. Ein kleiner Ärgerfaktor kommt ins Spiel, wenn vom Kartenstapel eine lilafarbene Karte aufgedeckt wird. Das ist ein sogenannter Hinterhalt, das heißt, mein Spielzettel wird in Pfeilrichtung an einen Mitspieler weitergegeben, der diese Puzzleform einzeichnet. Gleiches mache ich natürlich dann auch auf dem gegnerischen Spielzettel, den ich erhalte. Und dabei darf man durchaus gemein sein, das heißt, diese Puzzleform sollte möglichst freiliegend eingetragen werden. Jedes orthogonal angrenzende Feld, das am runden Ende nicht gefüllt wurde, bedeutet nämlich dann einen Minuspunkt für diesen Spieler. Dieser Spieler würde hier also beispielsweise im Moment 8 Punkte verlieren. Habe ich den Hinterhalt eingezeichnet, gebe ich den Zettel seinem Besitzer zurück. Auch ich erhalte natürlich meinen Spielzettel zurück. Das mit den Minuspunkten gilt natürlich auch für mich. Die nächste gezogene Erkundungskarte liefert nur eine Landschaftsart, dafür zwei Puzzleformen. Zur Auswahl, eine kleine und eine große, entscheide ich mich für die kleine, erhalte ich eine Münze hinzu. Münzen bedeuten dauerhafte Punkte, nach jeder Wertung werden nämlich sämtliche Münzen aufaddiert und hinzugezählt. Eine Münze erhalte ich aber auch dann, wenn ich so ein Gebirgsfeld komplett mit Landschaften umschließen konnte. Das Maximum an Zeiteinheiten beträgt im Frühling 8. Mit dieser Karte wird dieses Limit erreicht. Das heißt, diese Puzzleform ist die letzte, die ich in dieser Runde einzeichne. Hier bereite ich bereits wieder eine weitere Wertung vor, das heißt, ich wähle hier das Dorf und zeichne in diese Form Häuser ein. Diese bringen mir zwar in dieser Runde noch keine Punkte, aber es folgen ja noch weitere Runden. Nach dem Frühling wird also Dekret A und Dekret B ausgewertet. Dekret A liefert mir Punkte für Bäume am Rand, Dekret B einen Punkt für orthogonal an Gebirgsfelder, angrenzenden Acker und zwei Punkte für orthogonal angrenzendes Wasser. Ich zähle zunächst meine Bäume am Rand, da komme ich hier auf insgesamt acht, das heißt, das sind schon einmal acht Punkte, die ich mir hier notieren darf. Danach schaue ich mir die Gebirgsfelder an, da kommt hier oben links nur dieses Gebirgsfeld in Frage. Vier orthogonal angrenzende Felder wurden hier mit Wasser gefüllt und Wasser bringt ja jeweils zwei Punkte, macht insgesamt hier vier mal zwei auch noch einmal acht Punkte. Einen Punkt gibt es für die Münze und dann werden die Punkte abgezogen, die rund um den Hinterhalt freigeblieben sind. Auch hier zählen wieder nur die orthogonal angrenzenden Felder, nicht die diagonal angrenzenden. Elf Punkte mache ich somit in dieser ersten Runde, jetzt folgte Runde zwei der Sommer. Dieser liefert wieder acht Zeiteinheiten und die Wertungen der Dekrete B und C. Dekret B wird also jetzt zum zweiten und damit zum letzten Mal gewertet, Dekret C zum ersten Mal. Hier bekomme ich acht Punkte für jedes Dorf, das aus mindestens sechs Feldern besteht. Sämtliche Erkundungskarten werden also wieder ins Spiel genommen und ein zufälliger neuer Hinterhalt wird hinzugemischt. Dann geht das Spiel weiter, die erste Karte wird aufgedeckt. Hier habe ich direkt ein Tempelfeld, das muss also beinhaltet sein in dieser Puzzleform, die ich dann entweder mit Acker oder Wasser fülle. Da mir Wasser hier mehr Punkte bringt, entscheide ich mich erneut für Wasser. Die nächste Karte erlaubt es mir, neue Bäume einzuzeichnen oder neue Häuser und das in einer Fünferpuzzleform. Ich könnte also mein bestehendes Dorf hier oben links erweitern, um es auf mindestens sechs Felder zu bringen, damit würde es dann auf jeden Fall in die Wertung eingehen. Ich könnte allerdings auch zocken und hoffen, dass ich noch weitere Häuser hinzubekomme. So würde ich hier einfach ein neues Dorf gründen, eben aus diesen fünf Feldern bestehend. Das zeichne ich hier rechts ein, bei beiden Dörfern fehlt mir also jetzt noch mindestens ein Haus, um die Wertung auslösen zu können. Die Runde wird dann wieder so lang gespielt, bis alle Zeiteinheiten verbraucht worden sind. Dekret B liefert mir jetzt erneut Punkte für Wasser und Acker rund um Gebirgsfelder. Dekret C für Dörfer, die mindestens die Größe sechs erreicht haben, da konnte ich tatsächlich noch Häuser hinzufügen. Beide Dörfer gehen in die Wertung, jedes Dorf bringt acht Punkte, macht 16 Punkte, zwei Münzen kommen hinzu. Und die freien Felder rund um die Hinterhalte bringen wieder Minuspunkte. Somit mache ich in dieser Runde dann schon ein paar Punkte mehr als in Runde 1, nämlich insgesamt 27. Der Herbst verringert die Zeiteinheiten auf sieben, außerdem werden die Dekrete C und D gewertet, das heißt erneut die Dörfer und bei Dekret D vollständig gefüllte Reihen und Spalten. Dekret D wird dann auch noch einmal im Winter gewertet, dazu noch einmal Dekret A, das waren die Bäume am Rand. Im Winter stehen nur noch sechs Zeiteinheiten zur Verfügung. Da sich der Spielzettel immer mehr füllt, kann es im weiteren Spielverlauf passieren, dass ich eine Puzzleform nicht mehr regelkonform eintragen kann. In diesem Fall darf ich ein Einzelfeld mit einer beliebigen Landschaftsart füllen. Nachdem in der letzten Runde das Zeiteinheitenlimit von sechs erreicht wurde, erfolgt die letzte Wertung. Hier bekomme ich also noch einmal Punkte für vollständig gefüllte Reihen und Spalten und für sämtliche Bäume am Rand. Ich addiere also noch einmal sämtliche Punkte, die ich in dieser Runde gemacht habe, ziehe die Minuspunkte ab und zum Schluss werden dann alle Punkte aus allen Runden aufsummiert. Der Spieler mit den meisten Punkten ist dann der Sieger. 16 verschiedene Wertungskarten in immer neuen Kombinationen sorgen für Varianz. Die Rückseite des Zettels engt die Spielfläche ein und zudem liegt dem Spiel noch eine Mini-Erweiterung bei, die Fertigkeiten. Doro ist begeistert von diesem Spiel. Es ist ein Spiel in einer kleinen Schachtel zu einem kleinen Preis, aber mit einer wunderbaren Spieltiefe. Das Puzzle-Element wird hier bestimmt durch immer neue Kombinationen aus jeweils vier Wertungskarten, von denen jede zweimal im Spiel Punkte bringen kann, wenn man seine Landschaft klu katiert. Das ist taktisch und erfordert auch stets eine gewisse Vorausplanung. Das kleine Ärger-Element, bei dem die Gegner einem Minuspunkte in Form von Monstern auf den Hals hetzen, bringt ein wenig Interaktion ins Spiel, das ansonsten eher solitär verläuft, was aber kein Nachteil sein soll. Schließlich kann man das Spiel auch gut Solo spielen. Jede Partie ist anders, jede Partie macht Spaß und durch die teilweise trickreichen Wertungsarten empfiehlt sich das Spiel auch jetzt schon als Kennerspiel. Ja, für Doro wäre es sogar schon das Kennerspiel des Jahres 2020. Doro vergibt sehr, sehr gute 9 Punkte mit Tendenz zur 10. Dem schließe ich mich an. Der Kartograf hat sich bei uns zum wohl beliebtesten Einstiegs- oder Absackerspiel der aktuellen Spiele-Saison entwickelt. Keine Partie gleich der anderen und da alle gleichzeitig spielen, ist es eigentlich nur wichtig, dass alle Spieler die gezogenen Karten einsehen können, ansonsten ist die Spielerzahl egal. Diese auf der Schachtel bis 100 anzugeben, ist der Blattzahl des Blockes geschuldet. Umsetzbar ist das in der Praxis wohl eher nicht. Zu 6 oder 7 ist es aber genauso gut wie zu zweit oder auch alleine, das macht keinen Unterschied. Für mich ist der Kartograf ebenfalls absolut eine Empfehlung wert, auch wenn es natürlich grundlegend schon ähnliche Spiele gab und man das Roleplayer-Thema wohl nur bedingt im Spiel wiederfindet. Der Langzeitspielreiz ist jedenfalls hoch und so vergebe ich ebenfalls sehr gute 9 Kultpunkte mit einer Empfehlung für alle, die sonst auch gern taktische Puzzle- bzw. Legespiele mögen. Eine ausführliche schriftliche Rezension gibt es dann natürlich auch wie immer auf www.spielkult.de www.spielkult.de